Oh, das war eigentlich nicht geplant. Wisst euch! Ah! Ja, geil. Sehr schön. Übrigens, hier auch einen Willkommen. Mein Name ist DanielP und ich grüße euch zurück zu Let's Play Genji Days of the Blades. Geht mal ein Schild da unten, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Und dann kommt so was. Ja, okay. Okay. In der letzten Folge haben wir zweifelhaft versucht, zu gucken, wo es lang geht. Und ich werde die von diesen Typen voll auf die Fresse gegräben. Mal. So, wenn es geht, würde ich euch mal einfach ignorieren. Leute, geh weg. So, renn. Renn, Yoshi, ohne renn. Ähm, ich weiß, wo es lang geht. Ungefähr fünf Minuten, nachdem ich die letzte Aufnahme beendet habe, habe ich, äh, ja, gefunden, wo ich hin muss. Und, ja, ziemlich dämlich finde ich, weil ich irgendwie sowas ähnliches schon vorher probiert hatte und da hat es irgendwie nicht so geklappt. Aber jetzt hat es geklappt und, wer hat das eben, was ich meine, warum kamen die Typen jetzt einfach... So, anscheinend, wie es waren, hier so Heilsachen nicht mehr. Ja, schade, wenn ich mal die wunderbar haben kann. Ja, tun wir erst mal ein Stückchen weit Story vorantreiben, sage ich mal. Ist ja eigentlich gerade nicht das Spiel, aber, weil sie nicht irgendwie so komisch, kann ich irgendwie nicht erklären. So, wir gehen jetzt einfach hier hinten in sein, Oli ist ja übers Tor einfach gesprungen. Wir können ja irgendwie gar nicht darüber. Aber, dagegen lässt sich Folgendes machen. Nämlich, wechseln wir jetzt Benkei. Und jetzt können wir das Kack-Ding hier bewegen. So, aber was ich mich ja noch frage. Da oben hat ja noch was geleuchtet, deswegen möchte ich da mal kurz gucken. Und als da oben war, als hat er so geleuchtet... Ich habe keine Ahnung, wie man da einkommt. Egal, mir geht es erst mal hier so weiter. Schieben das Ding ganz hinten, da müssen wir ja darüber klettern können. Heute habe ich übrigens auch nicht gemacht. Nur guckt, ja, das Ding muss man da hinschieben und ja. Der Rest erklärt sich auch irgendwie, würde ich sagen. Ja, und dann wurde mir das erklärt, genau. Und danach habe ich wieder aufgehört. Springen Sie gegen die Wand, sobald Sie berühren... Sie, Sie berühren, okay. Drücken Sie die Sprungtaste erneut, um sich von einer Mauer davon abzustoßen und höher zu sprengen. Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile. Ich habe gesagt, das wissen wir mittlerweile. Mach es. Do it. So, Fortschritt. Oder auch nicht. Verdammt. So, Vorsicht, Stich. So, endlich. Wir können auch so zurück. Oder auch nicht. Kann ich das hier irgendwie so öffnen? Na, verdammt. Wir können jetzt also nicht mehr zurück. Das ist ein bisschen doof. Hi, na? Hier, das ist Benkei. Sagt Hallo. Ja, ich kann auch so eine Probe machen. Sehr schön. Riesenumarmung. Mitten in your face. Mitten in your face. Wie weit die wegfliegen. Okay, Benkei kann die am Boden angreifen. Aber, aber. Er steht zunäglich. Was war da jetzt für eine Bewegung? Also, man merkt es mal. Hilfe! Pfeile! Ich kann fliegen, na? Was kannst du? Aua! Aua! Ich merke es aber eigentlich noch mal die Waffe. Ah, ja, ja. Gehen wir mal auf Stich. Techniken hier über. Aua! 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 Ich stehe auf das Schiebzene. Ich trafte nicht. Hat mal irgendwie kann man noch. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Wollte mit seinen Bogen abwählen. Oh mein Gott. So. Einer. Penetration. Okay. Das war cool. Penetration. Okay. Das war cool. Wir haben jetzt das gemacht. Du glaubst mal nochmal so. Glockmann. R1 und R1. Genau. R2. So krank kämpft, ey. Wer kann mal zum Heil, wenn es geht? Danke. Aber ich weiß gar nicht, wie lange es ist. Wahrscheinlich seid ihr schon richtig. Ich will noch nicht richtig sein. Nein, Gott verdammt. Okay. Hi. Na. Die großen Massenballer ist lieber Bank, ey. Ich habe eine bessere Idee. Oh. Kommt mal alle her. Oh, hier werden alle sterben. Sehr schön. Bäm. Zack. Kaboom. Ding. Dong. Klatsch. Stampf. Ich bin doch so krass. So, der hat hier bestimmt, ja. Okay, warum geht er nicht kaputt? Soll ich ihn nochmal aufladen? Ich weiß halt nicht. Huuu. Wer ist denn noch hier? So. Jetzt habe ich gerne was zum Heiligen. Oder ein Speichelpunkt, ja, ne? Ach, ich bin hier, jetzt. Okay. Jetzt haben wir im Kreis gelaufen. Super. Niemand da lang ruhig. Wir gehen was mal gucken. Naja, das ist noch einer. Den krieg... Wadda. Wird ich kriegen? Genauso. Wann ist er das was? Verdammt. Na, was haben wir hier noch? Uh. Das war's, wenn man sich mit ihm umschaut. Da in einem Eimer, den habe ich zerstört. Ho. Reizt mich. Ich dachte, man kann auch irgendwie ein Wendel laufen. Ich weiß, da ist so eine Tür, so eine magische, die war der Tür. können hier ja oder so verlaupt jetzt hat den tüten sollten bildern sorge vielleicht sei heilung drin oder eben das war bestellt leben des nutzers in 30 und einmalig war ja okay wollen das war am verdoppelt den benutzer zugegeben schaden für 30 prozent 30 sekunden sehr schön solche dinge benutzen werde mit bank herein der hat glaube ich noch relativ voller p habe ich nicht so ja so ein ding ich mit mir alter was hier los man muss ich ja schick zu benutzen keine ahnung ich war schon wieder nicht wo ich hin muss jetzt hätte ich gerne mal einen speichern das wäre richtig schön ja was habe ich hier schon wieder bei sehen gibt es ja noch gar nicht zu erledigen ich gehe so rüber da ist noch einer lecker zack weggerammt ja okay sehr gut sonst hoffen die mich immer jetzt nicht da und dahinten ist jetzt auch da ich gehe mal dahin er hat mir ja gesagt ich soll zu dieser eintritt gehen aber guck mal hier hier ist nix okay ich mache es ein bisschen einfach ansprechend geil aber wie er möchte man hier versteht den weg ihr könnt nicht weiter gehen wie weiß wenn ich das hier mache immer noch nicht na gut wenn wir sagen speichern fast ja speichern gut ist noch ein bisschen zu kurz sind kann ich noch was machen aber finde ich gut hat kolopatriebene angriff egal ja jetzt da komme ich aus ja ich habe spaß daran alles klar aber ihr schatzgewölbe auch sehr schön klingt sehr sehr lohnend er gebe ich wollte ich sagen einer einfach so durch penetriert sehr schön wie ich auch herausgefunden habe ist das hier der zweite teil der spielserie das habe ich auch nicht gewusst aber gut zu wissen aber okay sehr gut aber x keine ahnung wie ich solche sachen immer mache aber ich mache sie ich mache sie halt und hier sind wir schon wieder zu viele gegner die zu viel schaden machen geht mal alle hier auf sicherheitsabstand verdammt wie genau so wie du maus im weg so eine respektlose angepasst jawohl ich habe den einen gegen den anderen getreten und den auch sehr schön da war irgendwas glaub ich aber hey die sind schon neu aufgetaucht man mein gott da kommen wir mal mehr ja das wird jetzt wehtun oh ja ich glaube winkel ist weg was er selbst hat hier ein ich dachte ich werde tot falsch gedacht einfach den hier und den hier dann bist du tot und du ja gewiss zum tafel ist dann wirklich er hat einfach durch den durch gerammt sehr schön da kann so ruhig gewesen sein jetzt danke speicherpunkt bitte nein okay äh cool was zölin blauer schlüssel stein keine ahnung ah okay jetzt kann ich dadurch okay wollte ich sowieso erst mal möchte ich auch jetzt im speichelpunkt weil das war schon da sehr sehr knapp ich glaube dann wird schon ein paar bis hier bin oder weil sehr viel werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen einfach dadurch speichern noch mal wenn es geht und ja ist mein sicherheit da wieder nur um 15 minuten paar da war es soll es sehr gut ich glaube jetzt kommen wir langsam irgendwie zu dem punkt ich glaube langsam nehmen wir uns irgendwie den moment in dem ich früher aufgehört habe zu spielen weil sie da bringt sowieso nichts irgendwie wenn ich war schon hinter diesem punkt und ich wusste jetzt trotzdem nicht wie es weiter geht also ja wollte ich gar nicht also ja meine erinnerung bringt es voll ja warte mal ein bisschen zeit vielleicht kann ich mal gucken manche mit den dingern hier los ist ich kann ja irgendwie so sachen aufleveln glaube ich leben kamui also nicht wo ich da jetzt was habe ich einfach ballert weil ich hoffe ich krieg dir auch so irgendwann mal mal das ding da rein war ein bisschen mehr ap glaube ich ja sehr gut speichern sehr gut dann würde ich sagen ich mache hier einen schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play genji days of the blades ich bedanke mich alle herzlich für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge ich bedanke mich alle ich bedanke mich ich bedanke mich ich hoffe federal